Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Freitag-Start-ins-Wochenende-Abend-Tutorial. Und zwar möchten wir uns heute folgende zwei Sachverhalte anschauen. Und zwar, ich habe hier eine Reihe von Zahlen, wie wir hier sehen können. Das sind jetzt irgendwelche Zufallszahlen, die ich eben ausgewählt habe. Und was wir gerne tun würden, sind zwei Tricks, die ich euch zeigen möchte. Und der eine Trick ist, wie bekommen wir denn eigentlich die Summe der letzten Ziffern hier. Ja, was ich meine, wir bekommen jetzt die Summe von 9 plus 7 plus 2 plus 9 plus 1 plus 5. Ja, also das ist letztendlich, was wir versuchen herauszubekommen. Anstatt diese ganzen Zahlen letztendlich zu summieren, wollen wir nur die letzte Ziffer jeweils von jeder Zahl nehmen und die aufsummieren. So, es gibt ja folgende Funktion in Excel, die kennt ihr ja vielleicht. Das ist die Rechtsfunktion, ja. Rechts gibt ja das letzte oder die letzten Zeichen in der Zeichenfolge zurück. So, rechts, jetzt können wir einen Text auswählen. So, Achtung, das wird doch interessant werden. So, jetzt kann ich mal sagen, anstatt eine einzelne Zelle hier auszuwählen, nehme ich einfach diesen ganzen Bereich, ja. So, und Anzahl der Zeichen könntet ihr jetzt 1 eingeben, aber müsst ihr nicht, weil 1 ist nämlich der Standardwert. Also ihr könnt es auch einfach leer lassen und einfach so machen. Wenn ich jetzt das Ganze mal markiere mit der Maus, nur damit wir mal anschauen, was wir hier gerade evaluieren, finden wir unter Formeln die Option neu berechnen, ja. Wenn ich das mal anklicke, sehen wir, das kommt dabei raus aktuell. 9, 7, 2, 9, 1 und 5, ja. Und das sind ja genau 9, 7, 2, 9, 1 und 5, diese Zahlen, ja. Also es scheint ja für uns zu funktionieren. Gut. So, jetzt gehe ich mal zurück, damit wir wieder unsere Formel sehen. So. Also, jetzt, okay, das ist unsere Formel. So, wenn wir die jetzt evaluieren würden, also wenn ich jetzt einfach mal mit Enter bestätige, dann kommt eine 9 raus. So. Das ist ja nicht das, was wir wollen, ja. Das gibt uns jetzt nur den ersten Wert hier zurück, diese 9. So. Wir wollen das aber aufsummieren. Also, was probieren wir? Naja, sagen wir einfach mal die Summe, okay. Ich nehme einfach mal die Summenfunktion und tue das Ganze komplett in die Summenfunktion rein. So, ja. Drücke mal Enter zum Bestätigen und bekomme immer noch eine 9. Hm. Okay, funktioniert also schon mal nicht. So. Was können wir dann tun? Naja, wir haben ja hier ein Array in Excel, ja. Das haben wir schon gesehen. Also, diese Rechtsfunktion, wenn ich mal die Summenfunktion wieder rausnehme, so. Und dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Rechtsfunktion, die wir hatten hier. Wenn wir das evaluieren, nochmal, schauen nochmal nach, mal überrechnen, bekommen wir also ein Array. Das erkennt ihr an den geschweiften Klammern hier, ne. Das heißt, was es ja für eine Funktion gibt, eine wunderschöne Funktion in Excel, ist ja die Summenproduktfunktion, richtig, die mit Arrays arbeiten kann. Ich könnte also folgendes machen, ich könnte sagen, Summenprodukt, so, Summenprodukt hier, und könnte jetzt mal versuchen, das zu evaluieren, so, also Klammer darum und dann noch eine Klammer um dieses rechts, ja. Und das jetzt mal mit Enter bestätigen. Aufpassen, wir haben zwar ein Array, aber wir können das Ganze mal mit Enter bestätigen bei der Summenproduktfunktion, ne. Kein Problem. So, jetzt bekomme ich eine 0. So, hm, warum bekomme ich eine 0? Warum wird das nicht aufsummiert? Tja, die Erklärung ist ganz einfach. Und zwar, die Summenproduktfunktion, die funktioniert schon. Das Problem ist dieses Rechts Tabelle 1 Zahlen. Weil, nochmal zurück, ja, zum Verständnis nur, damit wir auch alle von dem Gleichen sprechen, wenn wir das evaluieren, dieses Rechts, ja, also das hier, uns hier neu berechnen, uns diese Werte ausgeben, dann seht ihr ja vielleicht diese Anführungszeichen hier, ja. Und das ist genau der Punkt. Rechts, die Funktion hier rechts, gibt sie uns ja Text zurück. Was wir aber brauchen, sind Zahlen. Das heißt, es ist ein Unterschied, ja. Das heißt, durch diese Anführungszeichen werden eben diese Ziffern, die wir hier haben, in Text umgewandelt. Und damit kann die Summenproduktfunktion das so zunächst mal nicht aufsummieren, ja. Ganz logisch. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Was können wir tun? Naja, es gibt ja einen Trick bei der Summenfunktion, Summenproduktfunktion. Und zwar könnten wir schreiben, Summenprodukt, nochmal, Summenprodukt. Und anstatt jetzt einfach nur rechts hier zu schreiben, können wir, und die Möglichkeit haben wir, einfach zwei Minus hier davor schreiben. Also Minus, Minus, und das Ganze eben in der Summenproduktfunktion evaluieren. Und wenn ich jetzt mit Enter bestätige, bekomme ich 33, ja. Also jetzt bekomme ich eine Zahl, und das können wir auch mal prüfen. 9 plus 7 sind 16, plus 2 sind 18, plus 9 sind 27, plus 1 sind 28, und plus 5 sind genau 33, okay. So weit, so gut. Also, jetzt haben wir das Problem Nummer 1 gelöst, und zwar das mit der Summe, in dem wir eben die letzten Zahlen hier aufsummieren wollten für unseren Zahlenbereich. Und den können wir natürlich beliebiger weitern, ja. Das wird auch dann, sollte zumindest auch dann funktionieren. So. Der zweite Trick, den ich noch zeigen wollte, war das mit der Liste, ja. Weil wir hatten ja schon, wir haben ja gesehen, in der Rechtsfunktion hatten wir die Zahlen, 9, 7, 2, 9, 1 und 5. Also genau diese Zahlen hier runter. Was ist denn, wenn wir die jetzt ganz gerne darstellen würden, einfach. Zum Beispiel Komma getrennt, ja. Wir können auch jedes andere Trendzeichen nehmen, aber Komma ist ja ganz, ja, legitim, das zu wählen. So. Das können wir folgendermaßen machen, und zwar gibt es eine weitere Funktion, die wir hier nutzen können, und das ist die Textverketten-Funktion, ja. Also, Textverketten, steht auch hier dabei. Verkettet eine Liste oder einen Bereich aus Textzeichenfolgen oder Verwendung eines Trendzeichens. Genau das, was wir wollen, ja. Weil, wir brauchen zunächst mal ein Trendzeichen. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Komma, und dann nehme ich einfach mal ein Leerzeichen, ja. Damit eben unsere Zahlen vielleicht nach dem Komma noch ein Leerzeichen haben. Müsst ihr nicht tun, könnt auch ein anderes Trendzeichen nehmen, wenn ihr wollt. Aber das ist halt eine eine Option. So. Das nächste ist, wie gehen wir denn mit leeren Feldern um? Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel leere Felder hätten, wenn jetzt zum Beispiel statt der 42 hier nichts stehen würde, ja, in unserem Bereich, was wollen wir dann tun? Jetzt sage ich einfach mal, hier in dem Fall ist es zwar egal, aber ich sage jetzt einfach mal, ja, ignoriere doch mal bitte die leeren Zellen hier, ja. Schreiben wir mal wahr rein. In dem Fall, wie gesagt, spielt es keine Rolle, weil unsere Zahlenbereich ist hier komplett gefüllt. So. Und jetzt müssen wir den Text angeben. Und für den Text machen wir das Gleiche, was wir vorher schon gemacht haben. Wir werden die Rechtsfunktion verwenden. Und diesmal passt das auch, weil wir hatten ja gesehen, Rechtsfunktion gibt uns Text zurück. Also nicht die Zahlen, sondern den Zahlen als Text formatiert. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, rechts, können dann wieder unseren Bereich auswählen. Jetzt nehme ich einfach mal diesen Bereich hier. So. Ich evaluiere das jetzt nicht mehr. Ihr wisst ja schon mittlerweile, wie das aussieht. Die Anzahl der Zeichen könnte ich angeben, muss ich aber nicht, weil standardmäßig immer mindestens 1 gewählt wird. Und das ist ja auch genau der Fall, den wir haben. Wir wollen ja immer nur das letzte Zeichen haben. So. Und jetzt müssen wir noch die Textverkettenfunktion schließen. Und Achtung, jetzt könnte ich zwar mit Enter bestätigen, aber dann bekomme ich eine 9. Also ich bekomme nur einen Wert. Ich möchte aber die komplette Kette haben. Was wir also tun ist, wir gehen nochmal rein und werden das Ganze jetzt nochmal markieren. So. Und jetzt werden wir das Ganze mit STRG, SHIFT, ENTER, also unsere Matrixformel, die es ja gibt, werden wir verwenden. Werden wir das Ganze bestätigen. Also nicht nur mit Enter, sondern drückt STRG, SHIFT und ENTER. So. Und jetzt bekommen wir genau das, was wir eben wollten. Wir bekommen eine 9, 7, 2, 9, 1 und 5. Also genau diese Zeichen hier. 9, 7, 2, 9, 1 und 5. Okay. Und eben auch mit diesem Komma und dann diesem Leerzeichen getrennt, wie ihr hier sehen könnt. Bis auch natürlich am Ende. Da ist dann automatisch durch die Funktion das nicht mehr der Fall. Ja, was ja auch so sein sollte. Und gut. Wie gesagt, ihr könnt jedes andere Transzeichen nehmen. Und wenn ihr einfach mal reinklickt, dann seht ihr auch hier diese geschweiften Klammern da rum. Das ist eben, weil wir eine Arrayformel hier verwendet haben. Also durch diese STRG, SHIFT und ENTER. Also SHIFT-Taste kennt ihr hoffentlich. Das ist einfach diese Pfeiltaste nach oben. Ja. Über der Steuerungstaste. Genau. Und dann bekommen wir eben diese Liste hier angezeigt. Also das sind die beiden, sage ich mal, Excel-Tricks. Ja. Das eine ist, wie können wir denn die letzten Zahlen eines Bereichs von Zahlen aufsummieren. Dann machen wir das über die Summenproduktfunktion in Verbindung mit rechts. Aufpassen. Rechts gibt uns einen Text zurück. Deswegen müssen wir das beachten, dass wir eben diese zwei Minuszeichen davor schreiben. Aber wie gesagt, Summenproduktfunktion, obwohl es eine Array ist, seht ihr auch hier keine geschweiften Klammern, können wir ganz normal mit ENTER bestätigen. So, dagegen, oder mit der Eingabetaste. Dagegen hier bei der Liste, hier haben wir eine Text-Faketten-Funktion, wo wir auch einen Bereich eingeben und wo wir auch das Transzeichen wählen können und dann eben, da es hier wieder ein Array ist, müssen wir das Ganze eben mit STRG, SHIFT und ENTER bestätigen und haben dann entsprechend diese Liste unserer Zahlen. Und auch diese ist natürlich beliebig erweiterbar, wenn wir entsprechend jetzt hier einen größeren Zahlenbereich haben. Ich habe jetzt hier halt einen kleinen gewählt, damit es auch relativ einfach und überschaubar bleibt. Und damit ich auch nicht in die Verlegenheit komme, dass ich hier vielleicht irgendwas Falsches aufsummiere und diese 33 da nicht zusammenbekomme, okay? Gut, das war's für das Video. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Daumen nach oben, das freut mich sehr. Vielen Dank fürs Abonnieren meines Channels, das freut mich ebenso sehr. Und jetzt bleibt mir noch zu wünschen, ein wunderschönes Wochenende euch allen. Genießt es, erholt euch gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!